Defekte Trinkwasserleitung? Rostiges Wasser oder Wasserschäden? Walter Rohrsanierung sorgt für zuverlässige Abhilfe. Mit unserem schonenden mechanischen Verfahren entfernen wir Ablagerung und Verunreinigungen im Inneren des Rohres, ganz ohne den Einsatz von Chemie. Das spart Zeit, Aufwand und Kosten. Entdecken auch Sie unser Prinzip der cleveren Rohrsanierung. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.